Hallo und herzlich willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir stellen euch heute die mobile Anwendung von Aldi Foto vor. Die ist übrigens auch von Medion und mit dieser ist es ganz einfach möglich Bilder zu bestellen bzw. Bildprodukte zu bestellen. Also nicht nur die normalen Auszüge, die man sich bestellen kann, sondern dann zum Beispiel auch Fotoprodukte wie Tassen oder T-Shirts und Poster und vieles mehr. Und das Ganze klappt unterwegs in dieser Anwendung. Ihr seht hier auf der Startseite gleich die verschiedenen Produkte, durch die kann man sich durchscrollen. Zum Beispiel kann man hier auch eine Bildsammlung bestellen, hier ein Lieblingsfoto im Großformat, Fotobuch kann man bestellen, eine Leinwand mit dem Foto und die Schenke, die ich gerade eben schon erwähnt habe und natürlich auch Postkarten. Wenn man jetzt auf eine dieser Kategorien draufklickt, bekommt man weitere Informationen. Zum Beispiel kann man eine Rechtshändertasse oder Linkshändertasse bestellen, aber auch vieles, vieles mehr mit Tassen innenfarbig, T-Shirts in verschiedenen Größen, ein Puzzle, Fotosticker und, und, und. Also da ist immer eine Menge mit dabei. Man kann auch ganz einfach zurück zur Startseite, um zum Beispiel jetzt ein großes Foto zu wählen. Hier gibt es auch nochmal unterschiedliche Möglichkeiten, Collage, weiß, schwarz oder einfach ein freies Layout, je nachdem was man haben möchte. Danach kann man hier die Größe einstellen, wie es einem interessiert, man bekommt dann hier den Preis angezeigt. Und wenn man sich sagt, joa, das interessiert mich, 50x75 in matt ist es, gibt es die Möglichkeit, unten rechts ein Bild ganz einfach aufzunehmen. Und hier schießen wir jetzt auch einfach mal ein Foto, das benutzen wir jetzt einfach mal exemplarisch. Ihr könnt natürlich dann eure Fotos wählen, je nachdem wie ihr möchtet. Die können hier noch positioniert werden. Da muss man natürlich immer mal sehen, ob das Ganze passt oder nicht. Und dann geht es nochmal auf Weiter. Wir bekommen nochmal eine Information, dass das Bild jetzt nicht so optimal ist von der Auflösung. Da sollte man vielleicht eher ein Foto mit einer DSLR-Kamera machen, damit man solche großen Fotos drucken kann. Aber trotzdem fügen wir es einfach mal in den Warenkorb. Ich habe hier jetzt auch schon neune Abzüge, 13er und 20er Abzüge. Und das ist natürlich jetzt schon einiges, was hier angezeigt wird. Es gibt jetzt die Möglichkeit, neue Sachen hinzuzufügen oder auch auf Bestellen zu klicken. Dann bekommen wir gleich eine Übersicht, denn das wird jetzt erstmal zusammengerechnet, dauert einen kleinen Moment. Und es ist natürlich auch möglich, hier von unterwegs diese Bestellung abzuschließen. Dafür müsst ihr natürlich noch die Details angeben, wie die Zahlungsart, die Versandadresse und so weiter. Und hier wird jetzt auch angezeigt, wie teuer das Ganze ist. Man muss jetzt noch die AGB bestätigen und dann kann man ganz einfach diese Bestellung von unterwegs abschließen. Das ist die Anbindung Aldi-Foto. Ich hoffe, wir konnten sie euch in Ruhe vorstellen und vielleicht ist es ja auch etwas für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.